So, moin zusammen, da bin ich wieder! Ähm... Joa... Nach dem letzten Absturz... Ähm... Hab ich bisschen die Grafik runtergedreht... Das war nur minimal, ich weiß jetzt nicht... So wie... Äußerlich merk ich da nicht viel von... Gerade... Ähm... Ihr seht grad wahrscheinlich, ich hab von 2900 Seelen... Und hier die ganzen Artefakte liegen nicht mehr hier rum... Ähm, das kann ich leicht erklären... Und zwar hab ich grad eben schon ne Aufnahme gemacht... Und... Da ist ein bisschen was schief gelaufen... Hehehe... Das heißt, ich hab schon ein, zwei Level vorgespielt sozusagen... Bin jetzt nicht zurückgelaufen... Um euch dann trotzdem nochmal die Level zu zeigen... Beziehungsweise die Ebenen... Ähm, ja... Ich hoffe... Das stört sich nicht so... Dramatisch... Nicht so sehr... Hehehe... Deswegen sieht man auch hier... Normalerweise war da so ein roter Schleier drum... Und man sollte da nicht durchlaufen... Ich kann da jetzt eigentlich einfach durchlatschen... Und weiterspielen... Aber ich will das trotzdem nochmal hier zeigen... Bei der letzten Aufnahme... Bei der ich jetzt nicht rumgeladen habe... Ähm... Gabs auch ein... Ein paar viele Lags wieder... Die sind aber auch nur zum Schluss... Das heißt, ich werde... Die Aufnahmen... Wohl etwas kürzer gestalten... Das heißt, ich darf nicht... An einem Stück... Etwas länger zocken... Sehr schade... Weil ich das... Gern so machen wollte... Einfach zocken, zocken... Und dann irgendwann die Folgen nacheinander hochladen... Aber das wird wohl jetzt nicht... Hehehe... Nichts draus... Schade, schade... Und dann... Okay, ist das hier... Ähm... Unten links seht ihr wahrscheinlich... Dass ich dann noch einen neuen Skill drin hab... Ähm... Da sind die Feuerklingen... Den habe ich mir vorhin geholt... Dann kann ich mich einmal zeigen... Zack... Die wird immer jetzt schlecht... Da... Meine... Schwerter brennen... Und äh... Ich verliere auf Rage oben links... Die rote Leiste ist Rage... Keine Mana... Keine... Keine Ahnung... Was ist... Und das letzte Mal gesagt... ... aber ich wusste nicht, was das ist. Ähm, unten rechts ist die Leiste. Das ist sozusagen der Fortschrittsbalken von der Ebene hier drinnen. Das heißt, wenn der auf Null ist... Also wenn der... Was ist denn das für ein Vieh? Wieso steht der nicht? Ähm... Wenn der komplett weg ist, Null, dann hat man das Level geschafft. Und hier muss man drei Wellen oder so von Monstern überstehen. Letztes Mal bei den Viechern ist bei mir ja das Spiel abgestört. Ich hoffe nun mal, dass es jetzt besser läuft. Ich habe übrigens auch hier die ganzen Hoodies und so eingesammelt. Naja, hier sind sie halt nicht mehr da. Scheiße gelaufen, aber wirst du nicht machen. Scheiße gelaufen, aber wirst du nicht machen. Und danach kommen dann wiederum neue Monster, die bis jetzt noch nicht gesehen haben. Die ganze Zeit ist zwar jetzt für mich ein bisschen nervig, aber... ... da ist ja egal. Du musst'n mal kurz anfangen. Ich habe zu sagen, irgendwie... Irgendwann zu mitteln. Oh, also zwei gehen die schon noch schneller aus. Jetzt habe ich hier sogar einen kleinen Pod von Elevator kriegen. Naja, deswegen ist es ein bisschen schneller. Eigentlich wie die anderen Monster, die nach der Leck aufbauen. Jetzt ist es ja... Ich kann eigentlich nicht mehr. Ich kann es schneller gehen. Uiuiuiui, jetzt sterb ich hier. Ich muss doch was fallen. Ah, du komm. Ich dachte, den geht dann zurück. Nein, das ist ja voll scheiße. Was sieht das denn da ein? Okay, muss ich wieder direkt erklären. Die Schriftrolle habe ich in einem Level... Ich glaube zwei Level weiter bekommen. War halt in so einer Ecke versteckt, habe ich gefunden. Und das halbiert den Seelenpreis für einen Skill. Jetzt weiß ich nicht, was ich mir kaufen soll. Ich habe 3.000 Seelen und die Schriftrolle jetzt mal verbraucht. 3.000 Seelen kriege ich hier gar nichts. Hallo, hier. 2.000 Feuert. 1.000 Feuert. 2.000 Feuert. 2.000 Feuert. 3.000 Feuert. 3.000 Feuert. 3.000 Feuert. 4.000 Feuert. 4.000 Feuert. 4.000 Feuert. 4.000 Feuert. 5.000 Feuert. 5.000 Feuert. 5.000 Feuert. 5.000 Feuert. 5.000 Feuert. Die gehen wir jetzt zum Kristall Ja, jetzt kommen wir nicht Ich schau mal die Folge gegen an Ich denke für gute Combo-Flash aufbauen Das ist auch nicht Schuh Ah, fünfmache Seelen-Soll-Maximum Die Musik Sie sind schon bei einer Combo von 200 Schöldens, boah scheiße Schöter Schöter Ich bin schon bei 6 Mal Seelen Das geht ja ziemlich schnell mit den Sägen sammeln mit dem Plastifikator. Das kann man eigentlich ein bisschen farmen, aber das lohnt nicht, weil ich jedes mal die anderen... ... ähm... ... mach ich die mal kaputt schnell? ... ich jedes mal auf die... ... anderen Sägen... ... schärmen muss. Man sieht unten den Rest der... ... Falten, der rote... ... sorry... ... steht immer... ... ach ja, gesichert, ja... ... normalerweise steht da sie... ... weil ich das ja hier schon gemacht hab... ... äh... joa... ... steht da areal gesichert... ... jetzt gehen wir mal weiter... ... mir fehlen immer noch zwei Objekte... ... na egal... ... äh... äh... ... der Steinkreis... ... hier das in der Mitte, das ist ein Boss... ... äh... ... der hat bei der letzten Folge... ... letzten Aufnahme meine ich ziemlich lange gedauert... ... und der wird jetzt wahrscheinlich auch... ... da hinten habe ich ganz viele Goodies eingesammelt... ... die sind jetzt alle weg... ... keine mehr da... ... aber ich hatte... ... ich empfielte hier irgendwo ein Objekt... ... das ist aber eigentlich nicht... ... klug klar zu suchen... ... aber... ... ja... ... ich kann voll... ... jetzt nehmen Feuerkugel... ... und laufen noch rein... ... hehehe... ... egal... ... ich geh einfach zum Bus... ... und... ... klatsch den um... ... weil... ... die Tums und so... ... hab ich hier alle eingesammelt... ... ey... ... küm... ... küm... ... also hat die Tums... ... das war ja... Aber die verbraucht doch mehr Rage... Scheiße... Feuerwände, Feuerwände, Feuerwände... Mein letztes Name war das... Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben und Hände... Erdbeben, 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 Erdbeben... Wunderbar... Ah, hier muss ich... Oh mein Name eigentlich... Sie sind ein bisschen ein Tüncher, auch ein bisschen nervig... Ich weiß nicht, ob ich Feuerwände... Ich bin erschreckend... Ich glaube, ich habe den Kopf getreffend... Ich glaube, ich habe den Kopf getreffend... Ich habe den Kopf getreffend... Ich habe den Kopf getreffend... Wow... Ah... Ach... Einzelhörter... Ich habe viel mehr Schaden... Ja, aber die Scheiße rieche mir auch... Wegen... Ich habe das Glanz provechend... Insofern... xD Scheiße ich bin ... Ah und neun F Pvd ... ich génér' nicht, dass ich ... Ich versche' michっぱ Quindi ... Hehehehe Adrian Aha .... Ich will wieder ein Lehrer Ich hab ein bisschen leiser gemacht, tun leiser gemacht Ich hoffe, man hört jetzt mich und auf das Spiel gleich gut Machen Sie los. Lungs lagen. Lungen. Ange-Koorde. Es löte sein. In der ersten Plage. Zählen Sie Mai. Da, woher ich immer wieder? Hey! Ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl gehabt. Ich über einen Nacken. Abuch ich esse zu von da,あー zu deinem Flecken. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh ja, ich bin da. Burning Ice. Der Boss ist für den Charakter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich versuchte das am schnellsten, ich muss mal wieder ein Stück kurz warten, dass ich da aufgerechnet habe, war ich am meisten schade bei denen. Was ist denn da eigentlich eine extra Schildkröte? Ruckerhorn oder sowas? Ruckerhorn oder sowas? Ich denke, wer direkt nach dem Boss auch wieder eine Aufnahmepause machen muss, dann kann ich da wieder nachher nur Müll raus, glaube ich. Ich wollte das doch eigentlich nicht so machen, ich wollte an einem Stück einspielen. Aber naja, ich kann mich nicht ganz innen an, glaube ich. Ich muss mir wohl demnächst irgendwann mal einen neuen Laptop zu kriegen. Das wird aber dauern, denke ich mal. Was ist das passiert? Ich bin vermissend, ich bin von Hohi. Im Selbstverständlich, ist es Amongst. Da vorne ist die Zerda, oder? Da vorne ist der Rally. Ich bin der Rally. Das ist ja auch dein Kilo. Das war faszin. Ich bin der Rally. Ich muss nur noch 3 leisten, ich bin auch noch 3 leisten, bin fast tot. 1, 19 immer noch. Ich verbrauche mehr Seelen, als ich bekomme hier gerade. Das ist nicht gut vorhin waren die. Ich habe die Generation noch nicht so teuer. Schein fertig. Feierwelle. Feierwelle. Ich werde das nicht so eintönig machen, aber ich habe es nicht richtig zu schwer, um meine Welt von Klingeln zu verbrauchen. Einfach nur das Schmodle. Ich habe keine Außendung gemacht. Ich bin unerweist auf werfen zu machen. Das bin ich nur mit der Klingeln. Ich bin ja nur mit Unternehmung, als ich meine Anytimeen steuere. Ich bin aber nicht mit der Klingeln. Und das ist ja der Feste, der ist ja der Feste. Das ist ein Geschwister. Das ist nur einer, die reicht. Kann ich telefonieren? Nee. Hopp. Feuer. Feuer. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Krass. 300 Seelen nur noch. 200? Das hab ich gut gemacht. Der Scheiß ist auch nur 3. Naja. Komm schon, ein bisschen live Veränderung ab. Ja. Ja. Die Bücheruntergang durch eine Feuerwelle. Oder auch nicht. Jetzt aber. Warum hat die jetzt raus? Ja boom. Hier liegt jemand. Noch eine Feuerwelle. Abgeklärt. Scheiße. Uiuiuiuiui. Uuuuuh. Boah, fast gestorben. Keine Seelenwild. Scheiße. Scheiße. Da geht's doch. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Boah ey. Was ein Boss ey. Voll nervig. Voll lange. Boah ey. Das hab ich ja schon zum zweiten Mal besiegt. So. Hier ist dann jetzt. Ende. Von der Aufnahme. Äh. Achso. Ein Goodie fehlt mir. Nicht ein Objekt. Naja. Egal. Kann ich ja irgendwann mal nur holen. Ähm. So. Aufnahme Pause. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Kommentiert mich. Abonniert mich. Kommentiert. Sagt was ihr gut findet. Was ihr schlecht findet. Was ich verbessern soll. Ja. Dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.